Der Trainer scheint dem Neuzugang heute seine erste Chance geben zu wollen. Dann drücken wir ihm doch mal die Daumen. Der erste Eindruck ist ja oft entscheidend. Ein Ball, zwei Spieler, der kriegt ihn. Bekarik. Haus und Gein. Top-Rack. Simon Rolfes. Kruse. Das ist es! Diese Flak ist überhaupt kein Problem für die Abwehr. Muss ein Wurf geben. Ronny. Der erste Schuss war kein Probeschuss. Er war sofort drin. Der erste Schuss war kein Problem für die Abwehr. Der erste Schuss war kein Problem für die Abwehr. Die andere Schuss war kein Problem für die Abwehr. Und das war ein Problem für die Abwehr. Siehe, Ronny, Bekari, Simon Rolfes, Nürnberg, Lars Bender, Kruse, Ball im Seitenhaus, Einwurf, Kruse, Kiesling, 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 und sogar Bekarik Romy Ja, Herr Kretsch, der rein Spike Hilbert Simon Rolfes Topgraf Abgefälscht der Ball und die Maus Das Binder Sofort abgezogen und diesmal hätte er in fest glasse Parade von Thomas Und jetzt haben sie die Chance Bekarik Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er Bekarik Kruise Simon Rolfes Rony Salomon Kalou Das Bällchen rollt gut durch die eigenen Reihen Jetzt suchen sie die Lücke Zu früh gestartet Abseits Gut mitgespielt Er geht im entscheidenden Moment dazwischen Das muss es sein Tja, die Flanke geht ins Leere Bekarik Wird angeschossen und der Wald Rudelt ins Aus Rony Rony Rodriguez Schon im Mittelfeld holen wir uns Sie sich den Ball zurück Er will in Hartniball Kriegt er ihn Rony So, jetzt gibt es Pausentee oder war das Kaffee Halbzeitstand 2 zu 1 Zur Pause liegen sie Der Schiedsrichter guckt sich nochmal um Es sind alle da Der Ball liegt am Anstoßpunkt Auf geht's in die zweite Halbzeit Die verstehen sich blendend Das Bänder Simon Rolfes Einwurf Simon Rolfes Schön, er kriegt hier Unterstützung Die Chance Mit solchen Franken kannst du keine Abwehr in Verlegenheit bringen Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten Salomon Calou Hier holt er sich sauber den Ball zurück Das Bänder Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Haushelden Das Bänder Das ist es! Wahrlich keine schlechte Hereingabe Aber der Gegner, er hat aufgepasst Das Bänder, der Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht Das Bänder, der Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen Herrlich gemacht! Rodriguez Ronny Lars Binder Gilbert Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfragen. Pekarik Jetzt wird es prickelt. Die Atmosphäre ist aufgeheizt. Das könnte jetzt auch wirklich die Schlüsselphase für die Heimmannschaft. Absolut, das könnte den Ausgang des Spiels entscheiden. Und die Frage ist, behalten Sie die Nerven? Kommen Sie nochmal? Der könnte passen! Die Reaktivisten Die Reaktivisten Dimm! es ist nicht mehr viel zeit auf der uhr 2 zu 1 steht es wer ist denn der nächste auf der liste wusch der nächste gegner der leberkusener ein bisschen mehr als heute schon sein dürfen aber es reicht nico schatz und 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 Vielen Dank.